Eine neue Haarfarbe, ein neuer Hintergrund, ein neues Lebenshaargefühl, ja... Hallihallo Hallöhle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verhörterst. Du hast es im Thumbnail schon gesehen, das ist ein Video, was über einen längeren Zeitraum entsteht. Heute ist der 19. Februar und ich bin sehr gespannt, wann die letzte Mini-Videoaufnahme zu diesem Video entsteht. Ganz am Ende werde ich dir mein Feedback geben zu Olaplex, denn das habe ich mir als Probier-Kit mal im polnischen Sephora geholt. Versus der Bonplex Restore-Kit-Reihe von Revolution. Olaplex kennen, glaube ich, ganz viele von uns, die hier auf YouTube im Beauty-Bereich unterwegs sind. Wenn du es nicht kennst, das ist eine Marke, die Haarpflege macht, auch Haarfarbe und sowas. Bestimmte Produkte kriegst du nur, also zwei Produkte aus dieser Reihe, gibt es tatsächlich nur für die Friseure. Die kann man gar nicht kaufen als Regulärer. Ich habe hier die Olaplex, das Hair Repair Treatment Kit. Das ist eigentlich eine achtteilige Reihe. Ich habe hier die 0, die 3, die 4 und die 5. Die 0 ist so ein, es nennt sich Intense Bond... Moment, ich muss hinten lesen. Intense Bond Building Hair Treatment. Das soll man vor der Haarwäsche mit der Nummer 3 dann eben kombinieren. Und das soll eben das Haar quasi primen und total tolle intensive Benefits, also Vorteile für die Haarreparatur und stärkeres Haar bringen. Das ist wie so ein Sprühwasser, wie so Reißwasser, nee Reißwasser ist ja nicht, aber es ist sowas zum Reinsprühen. Also das ist das Ding hier. Moment, ich hole es erstmal raus. Ich habe es ja heute schon benutzt. Denn tatsächlich, das ist die erste Haarwäsche mit... Denn tatsächlich, das ist die erste Haarwäsche mit Olaplex. Und ich sage euch gleich meine Instrumente dazu. Wie gesagt, das ist das erste Produkt, was ich heute benutzt habe. Kommt mit so einem Sprühkopf. Und das sollte man einfach in die leicht angefeuchteten Haar... Nee, ins trockene Haar... Ja gut, meins war schon nass, reden wir nicht drüber. Genau, machen, um das so ein bisschen zu satuieren. Und dann 10 Minuten drinnen lassen. Wie gesagt, meine Haare waren schon leicht angefeuchtet, weil ich es erst gesehen habe, nachdem ich schon in der Dusche war. Reden wir nicht drüber. Nach 10 Minuten kam dann die Nummer 3 zum Handeln. Das ist ein Pre-Shampoo... Also ist der Hair Perfectioner Nummer 3. Repairs and Strength in all Hair Typs. Also soll er die Haare reparieren und stärker machen. Thema reparieren, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Genau, das einmal die Woche bei starken Schädigungen, auch zwei bis dreimal die Woche. Ich wasche meine Haare nur alle fünf bis sieben Tage, deswegen kann ich das maximal einmal die Woche benutzen. Genau, das ist wie so eine Kur, aber vor den Haare waschen, vor dem eigentlichen Shampoo, bin ich ja eigentlich kein Fan von. Kennt ihr mich? Aber ich wollte es ausprobieren. Genau, und dann kamen die 4 und 5. Das war dann das Shampoo und der Conditioner. Das hole ich jetzt euch nicht extra raus, weil das ist halt Shampoo und Conditioner. Ja, dagegen haben wir... Und dann erzähle ich euch meinen ersten Eindruck. Dagegen haben wir von Revolution, die machen ja gerne Sachen nach, das Plex, nicht Ola Plex, sondern das Plex Bond, also Bond Plex Restore Kit. Wir haben hier einmal ein Bond Restore Treatment. Das soll also so ein bisschen... Wir können das ja mal aufmachen. Eine vierschrittige Sache. Es fängt aber hier bei der 3 an. Also die 0, die wir im Vergleich zu dem Ola Plex Produkt haben, haben wir hier nicht drin, sondern wir fangen hier auch mit dem Bond Restore Treatment an. Also der 3, die halt wahrscheinlich auch so eine Präkur sein soll. Ja, soll man in das Handtuch nasse Haar machen und dann eben auch für 10 bis 15 Minuten drin lassen. Also ähnlich lang wie das von Ola Plex. Das wäre dann hier die Nummer 4. Das wäre das Shampoo. Genau, also Shampoo und Conditioner brauche ich auch, glaube ich, nicht zu erklären. Der Unterschied, den wir hier drin haben, ist die Nummer 6. Das ist nämlich eine Styling Cream. Und ja, die soll Protein-Kaskade-System... Auch das soll halt alles stärken und so weiter. Und das soll ins Haar einmassiert werden, eher in die Längen und so weiter. Und dann soll man das eben entsprechend stylen können. Das werde ich ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Selbstversuch ausgehen wird. Er wird über, ich denke, ein bis zwei Monate gehen. Ich denke so ein bisschen, dass ich jetzt so einen Monat, drei, vier Wochen das Ola Plex Kit testen werde. Und dann drei, vier Wochen das von Revolution. Was ich so ein bisschen festgestellt habe tatsächlich, und ich habe da einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch unten auch mal gefunden, der echt gute Videos diesbezüglich macht, ist, dass man doch manchmal merkt, wenn man ein bisschen hochwertigere Marken hat, was so scharfen im Kuh angeht. Ich meine, das von Revolution war auch nicht günstig. Das Set hat jetzt auch, glaube ich, um die 35 Euro gekostet. Und ich glaube, ich habe es schon rabattiert gekriegt. Das Set, was ihr da von Ola Plex gesehen habt, habe ich auch rabattiert gekriegt. Für, ich glaube, 60, 65 Euro. Mein erster Eindruck heute ist, dass es erst mal sehr lange gedauert hat. Weil erstes, gut, ich meine, dieses Prä, was man ins Trockene Haar macht, hätte ich halt machen können, bevor ich in die Dusche steige. Das war mein erster Fehler. Aber man muss natürlich dann in der Dusche selber nochmal das 10 Minuten einwirken lassen. Nachdem man das eine ausgewaschen hat, muss das andere wieder einwirken. Das heißt... Natürlich muss man die 0 nicht auswaschen, sondern auf die 0 folgt tatsächlich die 3. Also beides kann man außerhalb der Dusche machen, dann geht es eigentlich. Dann kann man nebenbei noch andere Sachen machen. So habe ich das auch die letzten Wochen gemacht. Hat einwandfrei funktioniert, kann man vorher noch andere Sachen machen, wenn man das morgens macht und so weiter. Also ich rede gerade unsinnlos als kleine Info. Und falls jemand das richtig weiß und mich gerade korrigieren wollte, heute auszutippen. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, wie man das organisiert. Also es ist zeitintensiv. Auch der Conditioner muss 3 Minuten einwirken, laut Verpackungsanweisung. Also was ich von diesem YouTube-Kanal, den ich euch wie gesagt unten verlinkt habe, auch mitbekommen habe. Auf den bin ich nämlich gestoßen, als ich mal geguckt habe, wie wende ich den Olaplex eigentlich richtig an. War die erste Info, dass man gar nicht alles von Olaplex braucht. Wie gesagt, die 1 und 2, die haben nur die Friseure. Das ist glaube ich auch teilweise die Farbe und sowas. Das kriegt man ja frei gar nicht zu verkaufen. Die 3 ist ja dieses gehypte Produkt. Das ging letztes Jahr auch total nochmal viral. Apropos mein Tee. Genau, und der hat halt gesagt, dass man gar nicht alles braucht. Die 3 ist ein gutes Produkt, weil es halt die Haare natürlich extrem pflegt. Ganz wichtiger Hinweis, auch wenn Sie mal sagen, es repariert, es repariert nicht. Das Haar, wenn es einmal kaputt ist, ist es kaputt. Alles, was wir dann tun, bevor wir es quasi abschneiden, weil es so kaputt ist, ist eine optische Verbesserung zu erzielen. Es ist und bleibt kaputt. Es legt sich dann was in die Haare rein, was ihr dann halt so beim Waschen und so weiter rein tut. Aber es kann es nicht so reparieren, dass es wieder repariert wird. Also dass es wieder quasi in den Originalzustand geht. Sondern wir erzielen einen optisch besseren Effekt als vorher. Ich habe heute meine Pflegeroutine im Bad während des Waschens wirklich nur mit dem Produkt gemacht. Ich habe allerdings mein Kopfhaut Peeling wie immer gemacht. Das muss rein, da gehe ich nicht ohne. Also das ist einfach so. Und danach habe ich einen Leaf-In-Conditioner reingemacht. Das hatte auch der erzählt in einem anderen Video, dass das ganz wichtig ist, wenn ihr eure Haare gewaschen habt, dass ihr nochmal mit einem Leaf-In-Conditioner arbeitet. Gerade wenn ihr zu trockenen Haaren neigt, weil das die Feuchtigkeit halt nochmal richtig drinne lässt. Und ich habe von WOW den Dreamcoat reingemacht. Ihr seht gefühlt nichts, weil ja, das Supernatural Spray, das soll dafür sorgen, dass gerade wenn ihr eure Haare glättet, dass die schön smooth glänzen und shiny sind und schön geglättet bleiben. Und das hält drei bis vier Haarwäschen. Das ist richtig cool. Man soll das auch nur alle drei, vier Haarewäschen benutzen. Ich bin ein riesen Fan davon. Meine kleine Flasche ist bei D'Ala. Was Gott sei Dank hatte ich eine große im Trashy, die ich mir rausnehmen konnte. Yay! Weil ich das wirklich ganz, ganz toll finde. Dementsprechend sehen meine Haare auch wirklich gut aus. Ich muss aber sagen, das macht jetzt nicht nur der Dreamcoat, sondern ich merke, meine Haare fühlen sich deutlich gepflegter und so richtig gesund an. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe das Gefühl, meine Haare fühlen sich deutlich gesünder an. Was ich aber auch merke, auch das wurde mir im Video so ein bisschen gewarnt, dass die Olaplex-Produkte, gerade Shampoo und Conditioner, die Haare sehr schwer machen. Heute nicht schlimm, weil ich habe eh glatte Haare mehr gemacht. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm. Ich merke aber auch, dass die sich so ein bisschen schwerer anfühlen und wohl auch leichter fettig machen. Dazu werde ich euch auf jeden Fall ein Update machen. Meine Haare fetten sowieso schnell, aber ich bin gespannt, ob ich da einen Unterschied merke. Vom ersten Gefühl her fand ich das Produkt alle jetzt erstmal ziemlich cool. Das nächste Mal werde ich dann entsprechend der Verpackung vielleicht auch das ins trockene Haar machen, dieses erste, diesen Schritt Null, um das erstmal so ein bisschen einziehen zu lassen. Genau, aber erstes Gefühl ist auf jeden Fall ganz cool. Ich glaube nicht, dass ich langfristig, kann ich jetzt schon sagen, den Conditioner des Shampoos mir weiterholen werde. Aber ich glaube, diese Nummer 3 in regelmäßigen Abständen mal als Pflege, als eine Kur kann ich mir tatsächlich vorstellen. Da bin ich aber sehr gespannt. Ich habe auch wirklich ein, zwei hochwertige Kuren, die ich mir auch schon nachgekauft habe, die einen ähnlichen Effekt machen. Jetzt ist es ja die Kombination aus allem. Ich werde also auch vielleicht auch mal die Kur nur einzeln benutzen, mein normales Shampoo-Ritual, um auch da zu gucken, um euch da auch einen Eindruck zu geben. Genau, das ist der Plan für dieses Video. Und ihr seht jetzt quasi direkt weiter, wie es weitergeht, weil jetzt kommen weitere Einschübe. Ich nicht. Ich muss noch warten, das alles dann irgendwann mal in zwei Monaten zusammenzuschneiden. Dementsprechend seht ihr jetzt das nächste Update. So, hallo von Zukunftsassi und willkommen zurück. Eine neue Haarfarbe, ein neuer Hintergrund, ein neues Lebenshaargefühl. Ja, irgendwie schon. Ich werde euch jetzt erstmal ein paar Videosequenzen einspielen, wo ich immer mal wieder zwischendurch euch erzähle, wie es war und nach dem ersten, zweiten, dritten, vierten Mal. Klingt auch seltsam. Und euch dann zu den Produkten selbst nochmal eine kleine Einschätzung geben. In diesem Sinne, guten Morgen mit der Handykamera. Einmal ein Update zu meinen Haaren. Ansatz ist ähnlich fettig wie sonst. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass das schneller fettet. Was ich sagen muss, auch an Tag 2 oder Tag 3 quasi schon, heute ist Dienstag, am Sonntag habe ich mir die Haare gewaschen, sehen die Haare noch superschön glänzend aus. Das liegt natürlich auch an den 1-2, was ich reingemacht habe, aber fühlen sich auch noch richtig mit Feuchtigkeit versorgt an. Also diesen Reparatureffekt, den merke ich definitiv. Und den finde ich gut, weil normalerweise drückt er meine Spitzen superschnell aus. Genau. Ihr bekommt ein Update. Das nächste, denke ich, am Waschtag. Das wird dann richtig nochmal reingelt sein. So, ich habe heute übrigens den ersten Tag Revolution im Test. Ich habe jetzt gerade die drei, also diese Präkur, drauf gemacht. Ich habe sie jetzt auch ein bisschen länger drin gelassen, weil ich noch ein Video geschnitten habe. Was ich merke, sie fühlen sich nicht so schön. Also sie sind jetzt auch ein bisschen ausgetrocknet, aber auch beim Einmasschen. War es nicht das gleiche Gefühl wie bei Olaplex, sodass man da irgendwie gleich das Gefühl hat, die Haare saugen das ein. Aber da war halt ja auch nicht so ein Sprühdingsel dabei. Das habe ich jetzt einfach nur mit Wasser quasi gemacht. Das sollte auch Wasser drin haben. Das spüle ich jetzt aus. Dann kommt Shampoo & Conditioner rein. Eine Kur werde ich heute mal nicht reinmachen, sondern erstmal will ich wirklich nur das sehen. Und dann gibt es ein Update. So, Haare sind fertig gewaschen. Und ja, ihr seht es ja auch. Meine Haare haben ein bisschen andere Farbe. Ich weiß gar nicht, wie gut ihr das seht, dass ich so einen leichten Rutschstich habe. Ich war nämlich zwischendurch beim Friseur. Haare war übrigens auch für meine Haare. Also sie meinte auch, die glänzen richtig schön, die fühlen sich richtig gut an. Also Olaplex hat sie gemerkt, als ich dann gesagt habe, dass ich Olaplex benutze, war sie so, ja, merkt man. Erstes Gefühl ist, und die Haare sind vor einer Woche wirklich die Spitzen geschnitten. Ich habe sie jetzt natürlich auch geföhnt, allerdings mit einem auch sehr guten Haartool. Auch dazu gibt es ein Video hier. Die Spitzen fühlen sich ein bisschen trockener an. Also sie fühlen sich auch gepflegt an, aber ich merke so ganz, ganz unten in den Spitzen, obwohl sie ja wie gesagt frisch geschnitten sind, fühlt es sich nicht ganz so schön an. Glanz, Pflegeleistung insgesamt ist schön, aber ich würde gerade, ich werde den natürlich noch ein bisschen weiter testen, ein, zwei Wochen, aber erstes Gefühl ist tatsächlich, nee, da ist Olaplex besser. Ja, genau. So, hallo, hallo. Ein kleines Zwischenfazit von mir. Ich habe gerade das zweite Mal das Revolution Olaplex Dupe drauf gemacht. Und ich muss auch jetzt sagen, ich habe extra die Spülung ein bisschen länger einziehen lassen. Ich finde die Spitzen, ja, es fühlt sich gepflegt an, aber auch so wie ich sonst, wenn ich mit einer normalen Spülung arbeite, beziehungsweise in der Kurunterspülung arbeite. Also, so einen richtigen Mehrwert sehe ich nicht. Kein Vergleich zum Olaplex, würde ich jetzt im ersten Fazit sagen. Aber ich ziehe natürlich noch mit euch im richtigen Video dann das komplette Fazit. Das ist das hier aus dem Schnitt hier. Ich wollte euch nochmal heute die Haare zeigen, denn ich habe sie mir gestern wieder mit Olaplex gewaschen und der Unterschied ist einfach himmlisch. Sie fühlen sich so krass gepflegt an. Selbst die Spitzen, die ich gestern ordentlich gefüllt habe, sehen nicht irgendwie trocken oder morsch aus. Ja, der Glanz ist super schön. Es ist einfach, und das ist jetzt schon Tag zwei, wo meine Ansätze, wie man sieht, schon relativ schnell fertig werden. Das Problem habe ich leider. Hallo, Sammy. Und trotzdem sieht es noch einmal frei aus. Das wollte ich euch noch kurz einmal zeigen, auch mit den roten Haaren. Deswegen habe ich extra gerade kein Licht angemacht, weil tatsächlich das natürliche Tageslicht, die Katze möchte gerade auf meinen Schoß, am besten auch die roten Haare zeigt. Ja, so, das war es in diesem Sinne. Und da bin ich wieder. Ich starte mal mit Olaplex. Das war ja diese Packung, wo hier vier Sachen drin waren. Die habe ich natürlich hier auch nochmal einzeln liegen. Wir hatten die Nummer drei. Das ist diese Prä-Cour, die man quasi ins nasse Haar macht. Die Nummer null. Das ist der erste Schritt. Danach kommt das. Das quasi als Vorbereitung. Und dann hatten wir die vier und fünf Conditioner und Shampoo. Nicht wundern, die Flasche ist noch nicht richtig leer. Ich habe sie nur umgefüllt, weil der Sprühkopf hier drin wirklich sehr zielgericht ist. Es ist ein langer Strahl. Und man soll sich die Haare damit halt einsprühen. Und es dauert halt ewig. Also wirklich ewig. Und ich habe es jetzt in einen etwas weit gefächerten Sprühkopf reingemacht. Ich verstehe inzwischen, warum es in diesem Ding drin ist. Denn wenn das so nebelartig hier rauskommt, zum Nassmachen funktioniert das. Aber die Luft ist schwer. Also ich muss wirklich gucken, dass ich das dann sehr gezielter reinsprühe in die Haare. Weil wenn man das einmal arbeitet, man kriegt keine Luft mehr. Also es legt sich richtig auf die Atemwege. Deswegen ist es wahrscheinlich in dieser Art. Die Nummer drei ist für mich der Game Changer hoch 10 gewesen. Also oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Haare direkt, nachdem ich das erste Mal auch dann richtig gemacht habe, schon nach dem ersten Mal, wo ich es falsch gemacht habe, aber auch dann nochmal nachdem ich es richtig gemacht habe. Meine Haare haben sich so gut angefühlt. Und ich war nach der, ich glaube, ich habe das dreimal benutzt. Dann war ich beim Friseur und ich habe sie gefragt, siehst du eigentlich einen Unterschied? Und ich habe gesagt, boah, deine Haare glänzen so schön, sehen so gepflegt aus. Und ich dachte, ja, dann habe ich ihr erzählt, dass ich mir Olaplex geholt habe. Da sagt sie, ja, Olaplex ist schon gut. Sehr, sehr cool. Ich habe es sowohl mit Shampoo und Conditioner als auch ohne, mit quasi anderen Produkten benutzt. Die volle Pflegedröhnung definitiv mit dem Teil. Brauche ich es jedes Mal? Nee, würde ich nicht sagen, weil es macht die Haare schon von, du merkst, da ist was drin. Also es macht es irgendwie schwer. Olaplex werde ich mir definitiv aber nachholen. Was ich jetzt auf jeden Fall noch testen möchte, ich bin ja ein Riesenfan von, Moment, von dieser kleinen niedlichen blauen Marke, Morotchanol, Morotchanol, ich kann das aber nicht aussprechen. Davon gibt es auch eine komplette Haarserie und ich würde gerne mal da tatsächlich Shampoo, Conditioner und Spülung ausprobieren. Und cool meine ich. Weil ich da auch letztens jemanden gesehen habe, der es getestet hat und gesagt hat, es kommt wohl sehr nah daran. Bin ich sehr gespannt. Und die Marke an sich ist halt super. Meine Schwester, meine Schwester hat auf jeden Fall Shampoo und Conditioner da. Das heißt, das werde ich auch demnächst mal ausprobieren. Genau. Braucht man alles? Nein. Ich denke tatsächlich, wenn ihr erstmal starten wollt, weil auch das kostet relativ viel, reicht erstmal die große Größe oder auch die kleine Größe von der Nummer 3. Das sind die 100 Milliliter und ihr seht, ich habe es jetzt dreimal benutzt und es ist so, oder viermal sogar schon. Es ist etwa die Hälfte leer. Das Haar muss wirklich vorher nass sein. Dafür ist halt das hier da. Die Nummer 0 oder ihr macht es euch einfach nass. Es muss aber wirklich nasses Haar sein. Ich habe es nämlich beim ersten Mal, aber das habt ihr ja gerade im Video gesehen. Reden wir nicht drüber. Das Fläschchen an sich finde ich jetzt nicht so optimal, weil ihr merkt, es ist schon sehr hart. Des Weiteren hatte ich ja dann das Dupe getestet von Revolution, das Bondplex Restore Kit. Hier war quasi nicht so eine Nummer 0 dabei, sondern wir starteten direkt mit der, lasst mich gucken, genau, mit der 3. Die sollte quasi das Dupe zu der 3 hier sein. Ja, tun wir nicht aufs Leute, ne? Ja, also sind wir ehrlich. Ist es besser als Druckerie? Ne. Und wenn ich überlege, dass ich dafür glaube ich auch 35 Euro für alles vier Sachen ausgegeben habe, ne? Vier und fünf ist wieder Shampoo und Conditioner. Was ich noch gar nicht benutzt habe, ist diese Styling Cream. Deswegen ist die hier auch noch so drin. Benutze ich sowieso selten für meine Haare, solche Produkte. Also vor allem so Creme-Produkte habe ich ganz viele da. Ich habe es sowohl als, also wirklich wie die Nummer 3 vor dem Shampoo ins nasse Haar gemacht, habe da sogar das Bondplex-Zeug mal reingemacht, um zu gucken, ob es vielleicht einfach nur eine andere Form von Feuchtigkeit im Haar braucht. Also als ich es ausgewaschen habe, dachte ich, oh mein Gott, was für ein tolles Gefühl. Aber dann kommt halt nochmal Shampoo und Conditioner und dann war das Gefühl weg. Und ich habe es dann, wie gesagt, auch mal als ganz normale Kur nach dem Shampoo benutzt. Ne, also ich mache es jetzt alle, keine Frage. Ich glaube, die Dinger werde ich mir vielleicht auch einfach einpacken für die nächste Reise oder so. Aber auch hier wieder, das aus den Flächen rauszukriegen, es verformt sich dann immer alles relativ schnell. Ich finde das Packaging jetzt nicht so cool. Es ist kein Dupe, kann ich euch einfach nicht sagen. Also dann nehmt die 35 Euro und holt euch das Ding. Ja, wenn ich überlege, das ganze Kit hier hat damals, glaube ich, um die 60 Euro gekostet. Kostet, glaube ich, immer noch so um die 50, 60 Euro, wenn ihr mal Glück habt. Also wenn, dann holt euch lieber das hier mal zum Testen. Tatsächlich, das ist preis-leistungstechnisch vollkommen okay und ich werde definitiv weiterhin die Nummer 3 benutzen und mich noch durch Morocca Oil, Morocca Oil, wie auch immer das ausgesprochen wird, weiter durchtesten. Revolution ist kein Dupe, das kann ich euch nicht sagen. Ich hatte auch noch eine andere Maske, jetzt sind ja auch einige von Schwarzkopf & Co., die sagen, ja, du kannst das auch vorher oder nach dem Shampoo benutzen. Und das war halt so das gleiche Gefühl wie das hier. Und das ist so ein großer Bottich von Schwarzkopf, glaube ich, den hatte ich auch mal in der InStyle-Box. Und ganz ehrlich, der hat halt 4 Euro oder 5 Euro, glaube ich, kostet der, wenn du den im Laden kaufst. Und da ist deutlich mehr drin als das hier. Ja, deswegen von mir kein Go. Also das ist tatsächlich durchgefallen. Dafür gibt es definitiv ein Go. Oh mein Gott. Muss ich jetzt auch mal wieder machen, hier meine Haare damit pflegen. Das mache ich am Wochenende, glaube ich. Das sind übrigens die ausgehangenen Locken an Tag 4? 3? 3, glaube ich. Vom Flexstyle. Also ihr seht, da ist noch was da, aber die Barrels sind tatsächlich ein bisschen zu groß. Die müssten ein bisschen kleiner sein. Ich glaube, dann wäre es auch ein bisschen mehr, aber ich liebe das. Also ich hatte die jetzt vorhin auch schon im Zopf zu. Man hat trotzdem richtig schönes Volumen drin. Also kann ich euch auch empfehlen. Auch dazu gibt es hier ein Video. Ähm, ja. Also hat mir auf jeden Fall gefallen. Weil ich kennt ihr ja Olaplex auch oder habt andere Dupes zu Olaplex. Dann schreibt sie unten gerne mal rein, damit ich die austesten kann. Weil ich weiß jetzt, wie gut Olaplex ist. Und wenn es natürlich eine günstige Variante gibt, Revolution ist es definitiv nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein größeres Projekt, an dem ich jetzt zwei Monate tatsächlich gesessen habe, immer wieder zwischendurch gedreht habe, euch in Bad quasi mitgenommen habe. Deswegen würde ich mich selber einen Daumen nach oben und ein Abo und auch gerne eben, wie gesagt, einen Kommentar freuen, um dieses hier, das zu unterstützen und dass das auch vielen Leuten vielleicht angezeigt wird und auch hilft. Denn wir sind ja ehrlich, wir suchen alle schöne, gesunde Haare zu kriegen, auch wenn wir sie vielleicht von Natur aus nicht so unbedingt haben. Ich merke auf jeden Fall, dass durch die Olaplex-Produkte meine Haare deutlich an Stärke zurückgewonnen haben. Und das ist schon einfach gut. Ja, und ansonsten würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz gerade zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich euch mal hier meine Playlist mit der rund um das Thema Pflege. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stimmen und Abonnieren und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgentag ohne Abend, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Ciao, ciao!